Bike-Rucksack, Fahrradrucksack, atmungsaktiv mit Netzrücken. Hier stelle ich dir den AVEOR vor. Er sieht cool aus, hat einen Netzrücken, wie du sehen kannst, und er sitzt wie eine 1. Zusätzliches Feature ist, er hat noch einen Laptop-Rucksack. Ob er wasserdicht ist, wie er sich beim Schweißtest verhält, findest du heraus, wenn du den Kanal abonnierst. Wir sehen uns gleich im Video.